Zeit. Bekommst die Tränen. Dann war das bei den Breakdancern, glaube ich. Es gab irgendwo eine Tür, die können wir dann ruhig streiten. Was wird ihm hier? Ich habe gesehen, dass alle Rufkonten, und fühlten sie sich in mein Herz. Ich habe den Götter in St. Mary. Sie kommen, um diese Schöpfung zu diesem Schöpfchen, in die Schöpfung zu heaven. Es spricht von der kommenden Eclipse, und der Zeit der Schöpfung. Und so, ich sage euch, Den Typ hat jemand animiert, er hat ein Voice Sample gekriegt, da muss sich jemand ja was dabei gedacht haben, um diese Kanalisation so liebhaft wie möglich zu machen. Das glaube ich jetzt nicht. Jesus Christus, wir haben diese Familie seit mehr Jahren gelehrt, als ich mich erinnere. Und jetzt das? Was sagst du, dass ich ihn über eine Brille legte und zeige ihm den richtigen Spirit der Familienloyaltheit? Ich wusste, dass wir dir auf dich betrachten können, Jackie. Es gibt eine ganze Gang von diesen Idioten. Wir brauchen dich, um sie auf den Boden zu legen, eins bei eins. Der erste ist mit deinem Aunt Sarah. Aber ich glaube nicht, dass sie nicht weiß, was jeder Film macht. Neue Mission, okay. Lass mal sehen. Winnie möchte, dass du Paulie eine Lektion erteilst. Paulie hat einige Gangster von der Westküste ins Familienunternehmen geholt. Und Winnie will, dass du sie alle ausschaltest. Der erste beschattert Tante Sarahs Wohnung, kümmere dich um ihn. Tante Sarahs Wohnung ist aber in der Lower East Side. Das ist jetzt hier nicht auf dem Weg. Ähm. Da hinten ist der Serviceeingang. Wir können ja erstmal das machen. Wir gehen jetzt erstmal der Hauptquest nach und dann können wir uns nochmal um die Sidequests kümmern. Mal bei zweiten. Tja, man bekommt die Sidequests nicht, wenn man an den Leuten irgendwie vorbeiläuft oder so. Sondern man muss sie aktiv ansprechen beziehungsweise zu ihnen gehen. Eine Side. And a Bad Side. Now, he's killed and tortured a few people. But then again, you should see his bad side. Now, I try not to judge. But for what he did to you, both sides are as good as dead. As good as dead. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Okay. Die Gasse können wir schon mal knicken. Hier ist nix. Das heißt. Hier lang. Da steht jemand. Hi, how are you? I'm fine, dude. Er steht dort und raucht, also. Geht von ihm keine Gefahr für mich aus. You cool? Was legst du denn da vom Boden rum? Yo. Das ist ja Abe. Ich bin Abe Hunter. Ich weiß, wo du bist du bist. Was? Du hattest trafik oder was? All right. Schrotz ist in seinem Ort. Er ist da etwa eine Stunde, vielleicht. Fünf wird dir zehn. Er wird nicht erwartet. Nur fünf Menschen wissen, dass er wohnt. Danke für die Informationen. Jetzt, wie ich in bin? Listen. Riecht in den Elevator. Und direkt in. Folle den Stink. Du kannst es nicht fucking missen. Ich rieche eine Falle. Waaah. 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 Figaro Figaro La 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 Laaaaaaaaaaaa Figaro Wtf Fusik Leute Fusik Leute Jenny könnte immer wieder sein! Natürlich sind überall Lichtquellen. Erstmal alle beseitigen. Ja. Re-decorate these walls with your brains! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wie frech! Bist du irgendwo da aktualisiert? Endlich bist du in Schwords Wohnung. Suche und erledige ihn. Ja, wo ist er hin, ist die Frage. Ha 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 ha, die Todesanimation. Ah! Wird einfach runter und dann tot. Nein, wir sterben nicht. Keine Sorge. Da ist er lang. Keine Sorge. Da ist er lang. Da ist er lang. Ja. Da ist er lang. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kann ich in Ruhe hier rein spazieren Ihr füttern erst mal die Dunkelheit mit Seele Gib mir alle eure Seelen, ihr Seelchen Boom Die Musik ist geil Okay, ich habe doch mehr Schaden genommen als ich dachte Ach, come on, jetzt habe ich ihn, okay Bring it off Ja Ja Dann nochmal das Ganze Stimmt, ich komme ja nicht so rein Auschalten Oh So, erstmal alle Lampen zerstören Ansonsten geht nicht viel So, und Darkling können wir rein theoretisch auch noch rufen Lichtkiller Der macht sich ja Nuckel hier Okay, habe ich noch eine Leiche vergessen? Keine Sorge, der Dude rennt nicht weg Wir werden noch unsere Rache bekommen, keine Sorge Die Musik ist geil Die Musik ist geil Die Musik ist geil Die Musik ist geil Die Musik ist toll und What the fuck? Okay, nochmal. Hä, was muss ich denn da nochmal machen, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh, oh, oh! No, no! Jackie, Ensicato! You are now officially on NYPD's Sheldon County. My order from me, Captain Everett Trump. Another bird, you are fucking dead. You ready for your clothes, Ensicato? Get under you! Loat! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Gut. Last try, bevor wir das irgendwie gefühlt hier jetzt 100 Mal machen müssen. Das ist unzerstörbar. Ensicato! You are now officially on NYPD's Sheldon County. My order from me, Captain Everett Trump. Another word, you are fucking dead. Get ready for your clothes up, Ensicato. Get under you! Loat! Okay, ich mach das aufscreenen. Bis gleich. Achso, hier muss ich wahrscheinlich runter, ne? Ich hab nicht gedacht, zu flüchten. Beziehungsweise einfach wegzugehen. Ich muss den Kaffee nicht mehr aufnehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr alles zu 100%. Gut, jetzt sind wir runtergefallen. Fantastisch. Was sagt die Mission denn? Schott ist zu Sassin, Wichtum muss noch einer neuen Möglichkeit suchen, ihn zu schnappen. Ja, aber dann erstmal back off, Asshole. Okay, wir gehen dann erstmal zurück. Er hat ne Knarre! Vielleicht sollten wir noch mal kurz die Sidequest angehen. Wir haben ja noch eine Sidequest offen. Jackie, ich hab Infos für dich. Watcher. Diese alten Pager. Das ist halt auch so deep shit. Und dann fahren wir erstmal mit der U-Bahn zurück zu Canal Street und dann... machen wir uns auf den Weg erstmal zur Lower East Side. Warnern erstmal die Sidequest. Good times. Ja, Batsche, nicht auch an der Lower East Side? Achso, wir sollen ihn anrufen. Ich hab Infos für dich, Batsche. Okay. Schrot. Dann rufen wir ihn gerade mal an. Hier ist ja ein Telefon. Schrot. Was hast du mit Eddie Schroet getan? Ich habe ihn bereits für seine kleine Schraubbe. Hey, ich habe nur eine Idee. Eddie hat sicherlich gehalten für Pauli einen Schraubbe. Es ist vollständig, dass sie beide wegnehmen können. Wenn du den Schraubbe auf den Schraubbe gehst, werden wir sicherlich rauskommen und zurückkommen. Aber bevor du sie zurückkommst, würde ich sagen, dass wir ihn mit einer kleinen Überraschung machen können. Das klingt wie ein Plan. Also, wo ist er gehalten in diesem Schraubbe? Wie soll man erwartet? Wie soll man erwartet? Eddie und diese Gunde schnappen viele confiscatee Goods für sie selbst. Sie staschen die meisten von den alten Turkischen Bands. Es ist schwer zu kommen, wenn du nicht wie wissen. Aber von Fulton, da gibt es eine Verbindung von der alten Stadt Hallstation. Du musst nach der Gange zwischen Fulton und Stadt Hall. Aber Schroet's Gang macht es sicher, dass es immer gehalten wird. Aber es gibt jemanden in meinem Kopf, dass sie eine Gange entdeckt haben, dass sie eine Gange entdeckt in den öffentlichen Toiletten von Fulton. Okay. Ich muss auf die Paule und Schroet's Schroet's schraubbe. Danke, Butch. Aber zuerst gehen wir zur Lower East Side. Die Mannen mit den zwei Gunden. Die Mannen mit den Ich bin eine schraubende alte B***e. Motherfuckers. Sie sollte jemanden einfach die alte B***e töten. Hey, Money! Hey, WTF? Antwort auf mich! Tja, der kann wohl nicht mehr antworten. Paulis Westküsten Gangster an der Raspberry Street ist erledigt. Ich teile Winnie die guten Neuigkeiten mit. Machen wir. Eddie Short hat im türkischen Bad eine Kofferbombe für Onkel Pauli deponiert. Du musst durch die alte U-Bahn-Station City Hall, um dort hinzukommen. Du musst erst einen Weg dorthin finden, da City Hall seit Jahrzehnten dicht ist. Es gibt einen U-Bahn-Tunnel, der von der Falken Street dorthin führt. Wir sind auf der Weg, Lenny. Du musst nicht schrauben, oder wir werden deine B***e zu Tire Iron. Capit? Ja, der bewegt sich wohl nicht mehr. Ach, Jungs, ich habe ein Maschinengewehr. What? Der Jacky Zaccato hört ja gar nichts aus. Hab ich schon mal erwähnt, dass es der normale Schwierigkeitsgrad ist? Isジャ Inay von ... Besaltra ein ... Hmm ... voyez, was wahrscheinlichamaan sie Wouldnedand? Auf zu, Lenny. Das работает einfach mal, Entry. ... ,geriser component. Wir sind die B**e zu Tire Iron. Dann, mal an den Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schalt in Wienes Auftrag den Gangster Boss in der Grinders Lane aus. Okay, das ist Grinders Lane. Können wir noch machen jetzt hier in der Folge. Check this out. Warte ich an und wo sind die? Bei dem einen war es ja schon sehr offensichtlich, weil wir hatten ja die Info gekriegt, dass der Tante Sarah nachstellt, aber bei denen keine Ahnung. Aber die werden sich schon zeigen, die Boys. Hier vielleicht? Da geht es ja zum St. Mary's Hospital, äh Hospital. St. Mary's Wisenhaus. Vielleicht hier? Da war jetzt immer 261, aber das haben wir eher erledigt. Da sind die Cops. What the fuck? Get away from me! Ich schalte in Wienes Auftrag den Gangster Boss in der Grinders Lane aus. Wieso? Gerade in der Grinders Lane oder? Grinders Lane. Joa. Vielleicht von den Cops her ein bisschen ärger. Joa. Ah, hier. Okay, leer. Holy fucking shit! Das war die Mission, das waren die. Haben sich als Kopf zerkleidet. Dann können wir ihre Seelen ja auch noch gleich mitnehmen. Wie wär's damit? Alle getötet? Alle Seelen verschlungen? Sieht gut aus, oder? Ja. Ich bin nicht nur arm, ich bin super gefährlich. Halt den Abstand! Sonst werdet ihr von der Dunkelheit verschlungen. Der Boss in der Grinders Lane ist erledigt. Ich teile Winnie die gute Neuigkeit mit. Okay. Tada, die Telefonnummer. Wie geht's mit deiner Telefonnummer? Vielleicht findest du den Telefonnummern. Ah, okay. Mach ich doch grad mal. Sonst sind wir auch gleich am Ende der Folge. Dann gebe ich nochmal kurz die Sidequests ab. Telefonieren kurz. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Und dann, als er keine weiteren Leute für mich hat, geht es dann hier natürlich weiter. So, da ist ein Telefon. Oh, This was. Die Telefonnummern muss. Und dann seid ihr Lady. Hurse Sieg. Oder? der Lass. Oh, der Lass. Du bist ein Verkaufi. Dieser Sieg. Von eigentlich. Und gerade. Du bist. man. Let's get nerds. So, ich glaube, muss auf die Seite und dann einmal nach links, aber oder? Ne, nach rechts. Der nächste Mann ist der Liedler einer Gang, der auf dem Lower East, um die Rasperry. Nun, er geht nicht mit, aber er ist in der Nähe auf der Nacht, du weißt, was ich meine. Er ist einer von Parley's harte-ass-Sledgehammer. Plus, er ist ein wahrer Mensch. Er gibt ihm spezielle Arbeit. Okay. Gut, dann haben wir von Winnie noch einen weiteren Auftrag bekommen fürs nächste Mal. Also, aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von The Darkness. Ich werde jetzt schon mal dann zur Lower East Side gehen. War doch die Lower East Side, ne? Ja. Ja, der nächste auf Winnie's Liste ist der Anführer der Gang in der Lower East Side. Theorisiert mit seinen Leuten nachts die Anwohner, erledige ihn für die Familie. Genau. Ich werde dann schon mal da hingehen und dann sehen wir uns dann wieder das nächste Mal an der Lower East Side. Dann geht es wieder hier zurück zu Folten Street und dann machen wir weiter hier. Alles klar. Dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von The Darkness und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020